Hallo Leute und herzlich Willkommen zu einem neuen Video! Wie ihr seht, ich stehe wieder und ich stehe nicht bei mir, sondern bei meinem Freund und wir versuchen jetzt zu Ikea zu gehen, also wir versuchen es nicht, sondern wir gehen zu Ikea. Er hat aber eigentlich geschlossen, aber ich habe da was bestellt und ich kann es angeblich heute abholen. Das ist ganz komisch, ich bin sehr gespannt, ob es klappt oder nicht. Und danach gehen wir noch in ein Gartencenter und ich hole mir ein paar Pflanzen und ich dachte, ich nehme euch da einfach mal mit und schau mal, ob ich heute noch irgendwas Spannendes mache. Ja, aber das ist jetzt erstmal der Plan für den Tag und mein Outfit ist sehr cool. So, das ist nämlich mein Outfit. Ich habe ein graues Oberteil mit grauen Sweatpants an. Und beides ist von Brandy und das ist ein Moppy! Komm her! Moppy! Moppy! Use your mouse! Ja! Wau! Wieso, wir sind jetzt bei Ikea und ich bin fast gegen einen Pfahl gelaufen und ich bin sehr gespannt, ob ich jetzt dieses Ding abholen kann. Ich würde es mir sehr wünschen. Naja, hier stehen auf jeden Fall ein paar Autos. Sag immer, click and collect. Ja, ja, click and collect. Ich hoffe, dass ich das abholen kann. Ich brauche dieses Ding. Mal schauen. Oh nein, du bist unscharf. Doch nicht. Eis. Wir sind jetzt auf dem Weg ins Gartencenter. Ich habe mich abgeschminkt. Ich hatte keinen Bock mehr. Beziehungsweise habe ich mich verunstaltet. Und dann hatte ich keinen Bock mehr und habe mich abgeschminkt. Und wir haben schon wieder keine Tüte mitgenommen. Ey, ich bin bestimmt da. Aber die kostet safe. Kann ich dir bezahlen. Okay. Wow. Wow, so pretty. Hallo, Menschen. Ganz viele Menschen. So, weil man hier ist, denkt man einfach nicht, dass man noch irgendwo in Berlin ist. Das ist so insane. Wir sind in Brandenburg. Nein, wir sind am Olympiastadion. Und gehen jetzt zu einem Gartencenter. Ja. Ich war da auf jeden Fall früher schon richtig häufig, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich weiß auch nicht, wie man da hinkommt. Und meine Brille will nicht. Ich sehe es einfach niemanden. Ja. Und es ist so schönes Wetter. Ah, ich komme nicht drauf klar. Ich will jetzt hier einmal Herbert und einmal Gudrun. Und wunderschöne Pflanzis mit Florian. Wow. Und es ist so warm hier drin, es ist insane. Ui. Wow. Die sind ja so schön. Alter, ich glaube, ich mache unseren Balkon dieses Jahr richtig schön. Habe ich hier so Lust drauf. Da sehe ich mich hier so. Da drüben sieht es so aus, als würde es sowas geben, was wir suchen. True shit. Lieber damit. Stehen eigentlich hier draußen so die Pflanzen, die auch so draußen stehen müssen? Ja, das will ich. Behaupten, ne? Oh, voll cute, doch. Das Kaffee. Wir haben jetzt hier einmal diese wunderschöne Pflanze. Dann zwei Mal bei Silikum. Für meinen Dad. Und diese wunderschöne Pflanze. Und die glänzt so schön. Das ist insane. Wow. Und ich kann euch auch sagen, was das für Pflanzen sind. Einmal ein Drachenbaum. Ja. Und einmal. Oh, nur noch eine Minute. Eine Zimmeraralie. Aha, whatever that is. Aber sie ist schön. Ich weiß actually nicht genau. Hier steht eigentlich, dass man es nicht mit einem Messer aufmachen soll. Aber ich weiß actually nicht mit, was ich sonst aufmachen soll. Ich bin ein bisschen verwirrt. So, ich habe den Vlog gestern gar nicht mehr beendet. Mein Schubschrank, äh, mein Servier, mein Servierwagen, nicht Schubschrank, ist jetzt aufgebaut. Meine Pflanzen sind umgetopft. Die kann ich euch gleich nochmal zeigen. Genau. Die zeige ich euch mal eben. Seht ihr jetzt hier? Auf jeden Fall würde ich das Video jetzt an der Stelle beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kleiner Einblick in meinen Tag. Jetzt bin ich wieder zu Hause. Ich habe pinke Haare. Naja, auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bleibt alle gesund. Mwah. 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 Vielen Dank.